Meine erste gefilmte Outdoor-Rad-Tour, nur für euch hier auf dem Kanal, einfach Alvo. Es gibt eine kleine Sturmwarnung, es regnet immer mal wieder zwischendurch, möchte noch ein bisschen kochen. Wir werden uns den Spaß auf jeden Fall nicht verderben lassen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. Moin, mein Name ist Alvo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist natürlich sowas wie eine absolute Testfahrt. Ich bin natürlich noch vorher in meinem Leben schon Fahrrad gefahren, aber ich habe noch nie so ein richtiges kleines Video draus gemacht. Das probieren wir heute mal, ob euch das gefällt. Wie gesagt, jetzt gerade haben wir ein bisschen mehr Windstille, kein Regen. Das war vor einer halben Stunde noch komplett anders. Und zwischendurch wollen wir mal eine Runde kochen gehen. Und ich gucke jetzt erstmal mit verschiedenen Kamerasetups. Ich habe sowohl die Actioncam vorne aufs Fahrrad montiert, als auch, dass ich hier gerade in der Hand meine Stammelkamera halte. So, eben war das Bild auf jeden Fall zu hell eingestellt. Ich habe es mal ganz kurz angehalten, mir ein bisschen die Aufnahmen angeguckt. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als im Wald zu filmen. Das heißt, ich muss die Helligkeit ein bisschen runterdrehen, die ich sonst im Wald ja immer sehr doll raufdrehen muss, weil wir auf offener Fläche sind. Und hier zeige ich euch einmal ganz kurz hinter mir, sieht man es? Mein Fahrrad mit Setup. Jetzt sieht man es besser. Wie gesagt, vorne drauf habe ich die kleine Actioncam montiert, die ich auch schon mal auf dem Westweg benutzt habe zum Filmen. Die benutze ich kaum noch, weil mir das Bild nicht so gut gefällt, die Licht- und Farbeinstellung nicht so gut gefällt. Ist natürlich nur eine kleine Actioncam. Ich werde mal gucken gleich, ob ich kann die ja hier aus diesem Case jederzeit rausnehmen, ob ich damit unterwegs in der Fahrt besser filmen kann, als mit diesem Setup jetzt hier gerade. Weil die teure Kamera ständig rein- und rauszuholen aus der Tasche und die auch so zu halten, weil die kostet schon einiges an Geld mit dem ganzen Klimbim, der da dran ist. Ist mir vielleicht nicht so wohl. Ich gucke mal, habe auch noch verschiedene Mikrofone für die Actioncam. Sehr viel ausprobieren. Die Tour, die ich hier übrigens gerade mache, ist eine selbstgefundene Tour sozusagen von mir bei Buxtehude durch das Buxtehuder Moor, beziehungsweise das, was davon übrig ist. Buxtehude, für die, die es nicht wissen, das ist so links unterhalb von Hamburg, also in der Nähe, nicht das alte Land, aber in der Nähe vom alten Land. Und die Tour geht so, wenn man gemütlich fährt, eine Stunde zwanzig ungefähr, so um und bei zehn Kilometer. Ich werde das später natürlich in der GPS-Aufnahme dann ganz genau sehen. Und zwischendurch kochen wir also noch ein bisschen und schnacken vielleicht auch, trinken noch ein bisschen Geheimzutat. Also wir kommen wahrscheinlich so auf zwei Stündchen, also ich zumindest, das Video ja bestimmt nicht. Außerdem habe ich noch eine Fahrradtasche. Die ist mir mal zugeschickt worden, letzten Herbst schon. Jetzt komme ich erst dazu, die auszuprobieren. Aber bis jetzt finde ich sie ganz gut. Wir werden natürlich sehen, ob die vernünftig ist. Ich glaube sogar, dass es die meist verkauft auf Amazon oder so. Wir werden also mal sehen, ob das was Vernünftiges ist. Tja, ansonsten habe ich wie immer mein Rough Stuff Loden Anorak, den Haudegen an und drunter einfach nur ein Dry Shirt, also ein langärmliches Schwitzshirt, Kunststoffshirt, Skiunterwäsche, wie ihr auch das immer nennen wollt. Hört den relativ dünn, damit das Schwitzen ein bisschen abgeführt wird. Und ich habe natürlich noch dabei, ach, das zeige ich euch alles später. Wir ranen jetzt einfach mal los wieder. So, wir schauen jetzt mal, wie das so ist mit dem nur Standard eingebauten Mikrofon von der Kamera, ob das halbwegs vernünftig klingt. Schreibt mir da gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Ich kann da noch ein bisschen was nacharbeiten. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es, wenn jetzt, wie gerade jetzt, wieder der Wind richtig doll anfängt, dass es dann mega rauschen wird. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 So, nach knapp 6,8 Kilometern, die erste kleine Pause, ist noch nicht das schönste Gebiet hier, weil hier eine Straße direkt langführt, aber das soll uns nicht vom Chehen abhalten. Warum ich übrigens ganz genau weiß, dass es 6,8 Kilometer sind und hier als reine Fahrzeit bisher 38 Minuten unterwegs sind, das erkläre ich dir später. Das ist nämlich eine kleine App, die ich beim Rainer Dornburg gesehen habe und die ich natürlich jetzt auch benutzen will. Wir setzen uns jetzt erstmal schön kurz auf eine kleine Bank, trinken ein bisschen Geheimzutat. Prost! Ich habe mir übrigens heute Astra-Geheimzutat ausgesucht, weil in diesem Fall übrigens Astra-Rakete, am liebsten trinke ich eigentlich Astra-Rotlicht, schön als gekühlt im Sommer aus der Hängematte in einem Stadtpark. Ich habe mir das ausgesucht, weil es mich am meisten an Hamburg, meine alte Heimat, erinnert. Ich wohne jetzt nicht mega weit weg, das heißt, ich fahre ab und zu mal rein, aber insgesamt ist dieses Astra-Gefühl, was ein bisschen transportiert wird, dieses linke, schmuttlige Hafen-Arbeiterkneipe, dieses Flair, das fehlt mir ab und zu mal ein bisschen, muss ich sagen. Es gibt da, wo ich jetzt bin, eine kleine Bar, schrägstrich Essens-Lokal, das auch so ein bisschen dieses Schanzen-Flair hat, aber so oft gehen wir da gar nicht hin insgesamt, so oft habe ich auch gar nicht Zeit, da hinzugehen. Und deshalb habe ich mir heute ein bisschen Astra ausgesucht, ist eigentlich ein ganz nettes Bier. Es gibt auch deutlich leckere Biere, zum Beispiel muss ich sagen, da kommen wir noch in anderen Folgen zu. Da sprechen wir noch über andere Geheimzutaten, meine ich. Habe ich Biere gesagt? Ich meine natürlich Geheimzutaten. Und deshalb habe ich auf jeden Fall die Astra-Geheimzutat heute mal mitgenommen, einfach so, weil es mich daran erinnert hat. So, genug entspannt, Geheimzutat alle, zumindest die erste Geheimzutat. Ihr glaubt doch nicht, dass ich nur eine Geheimzutat mitgenommen habe. Ich kühle auch langsam aus und bekomme auch derben Hunger, das heißt, wir fahren jetzt nochmal ordentlich los, machen nochmal ein paar Kilometer und dann suchen wir uns, ja, keine Ahnung, wieder in drei bis sechs Kilometern den nächsten Platz, wo wir da ein bisschen was zu essen kochen können. Was Kleines, was Leckeres, was den Magen ein bisschen auffüllt. Also, viel Spaß! Das war's! 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 Moin Leute, das wird hier aber gerade eine längere Tour als gedacht, aber ich stehe drauf. Ich brauche endlich mal einen Platz, um mir was zu essen zu machen. Ich brauche dich, ich brauche das Bildern, aber ich brauche das Gerät. Die Zeit ist ganz schön, das ist mein Lieblingsbyscher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. War das ziemlich krass, aber zu den einzelnen Details kommen wir gleich. Erstmal schmeiße ich den Trangia an, damit das Essen schnell fertig wird. Und wenn jetzt der Spiritus das Beste gibt, um meine Nudeln warm zu bekommen, können wir hier einmal auf der App checken, was so eigentlich los ist. So, das heißt, wir sind insgesamt 1 Stunde 47 gefahren, also wirklich gefahren. Die App hält an, wenn man Pause macht und haben eine Entfernung von 23 Kilometer zurückgelegt. Ich muss sagen, das ist eigentlich ganz ordentlich, dafür, dass ich nur so 10, 12 geplant hatte. Aber ich bin dann auch links, rechts rum und hatte dann einfach nur Lust. Aber ich hätte mehr essen sollen zum Frühstück. Es gab einfach nur ein paar ganz normale Cornflakes. Nichts, was richtig magenfüllend gewesen wäre. Deshalb jetzt noch mal was Ordentliches zu essen. Tja, wie bereits erwähnt, wohne ich ja mittlerweile nicht mehr in Hamburg. Bin ja weggezogen vor mittlerweile fast einem Jahr. Übrigens, Samwise wird in ein paar Tagen auch ein Jahr alt. Den habe ich heute nicht mitgenommen, weil ich ihm noch nicht beigebracht habe, wie das ist mit dem Fahrrad nebenherlaufen. Und gleichzeitig musste ich die ein oder andere Bundesstraße überqueren. Das heißt, ich werde das demnächst irgendwann mal angehen, dass ich ihm das trainiere. Wahrscheinlich auch mit einer sehr, sehr langen Schleppleine. Aber ich wollte das jetzt heute noch nicht machen. Das war mir zu viel Stress. Auf einmal tut mir ein bisschen weh, wenn ich jetzt hier gerade so im Wald bin, wie ich es zu essen koche und der kleine Hund ist nicht da. Aber manchmal muss es halt auch ohne gehen. Übrigens, wo ich gerade das Kamerabild gesehen habe mit dem Trang, der da auf der Bank steht. Es wurde ja auch mal gefragt, so ist das nicht schlecht für den Boden, wenn der Trang ja da auf dem Boden steht im Wald. Nein, tatsächlich nicht, weil die Flamme entsteht nicht unten am Boden. Der wird überhaupt nicht heiß, sondern nur ganz oben und steht gleichzeitig noch drauf auf dem Ständer. Das heißt, klar kommt mal ein trockenes Laubblatt oder so an die Flamme ran und verbrennt dann. Aber dem Boden passiert überhaupt nichts. Genauso wie der Bank hier auch überhaupt nichts passiert, wenn der Trang ja da drauf steht. Also es ist wirklich gar kein Problem. Demnächst werde ich mal, ich habe mir da was zukommen lassen von Gearbest, einen Schraubgas-Kartuschenaufsatz. Werde ich dann mal testen, wie das damit ist. Das ist natürlich ein bisschen lauter, aber man kriegt auch mehr Power raus. Und ja, ich sage euch dann im Endeffekt, werde es auf Tour ausprobieren und ihr werdet sehen, wie das dann so ist im Vergleich, was ich dann lieber habe, so für kleine Fahrradtouren zum Beispiel. Natürlich fängt es jetzt nochmal an zu regnen, genau am Ende der Tour, wenn ich mir das Essen mache. Aber dafür hatte ich Glück. Nur am Anfang gab es ein bisschen Regen und während drinnen muss ich verschont. Aber jetzt muss ich mir natürlich mal was überwerfen. Naja, es bleibt wohl doch bei Niese Regen, dann geht das auch. Eins muss ich ja mal ganz kurz sagen. Ich habe länger keinen von diesen Knorr-Tüten-Dingern gegessen. Das ist ja im Prinzip gefriert, getrocknetes Essen. Schon relativ lange nicht mehr, auch wenn ich natürlich mal so Soßen von Knorr oder so benutzt habe. Und ich hatte schon echt komplett vergessen, wie scheiße die eigentlich schmecken. Also nicht zu ungut, falls irgendjemand dazu guckt, der damit für verantwortlich ist. Aber Leute, ihr macht wirklich ein absolut langweiliges Essen. Und es schmeckt halt überhaupt nicht. Es ist zu wenig Salz drin, es sind zu wenig andere noch Gewürze drin. Es braucht noch ein bisschen Zwiebeln und was weiß eh nicht alles. Eieieiei. Da bin ich gerade grundlegend enttäuscht von. Ist aber nicht schlimm. Dann komme ich mir halt zu Hause, was Vernünftiges gleich noch. So mein Freund, es war eine wirklich geile Tour. Also ich bin positiv überrascht davon, wie viel Spaß mir das insgesamt dann doch gemacht hat. Vor allen Dingen auch mit dem Aufnehmen, mit den verschiedenen Kamerapositionen. Und wir werden mal sehen, was da im Schnitt dann bei rumkommt. Das siehst du ja dann, beziehungsweise für dich ist es ja dann schon am Ende. Schreib mir gerne mal unten in die Kommentare rein, wie du denn solche Fahrradvideos dann von mir findest. Ob du da Bock auf mehr hast. Weil ich fahre ab und zu Fahrrad. Aber wenn ihr sagt, hey, ich finde das voll geil mit anzusehen, dann nehme ich euch ab und zu mal mit. Ja, und fahre nicht nur alleine für mich Fahrrad sozusagen. Hier links und rechts oben findest du auf jeden Fall weitere Videos. Zum Beispiel zu Buschkraft-Touren, Kochvideos etc. Einfach durchklicken. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle Links zu Produkten. Sonst könnt ihr mich aber auch gerne fragen, einfach in den Kommentaren. Ja, ich habe noch nicht so viele Kommentare, dass ich die nicht alle lesen könnte. Ganz im Gegenteil. Ich kann nicht auf alle antworten, aber ich lese auf jeden Fall immer alle. Ansonsten sage ich, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.